Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einem, ja endlich mal wieder einer und neuen Folge League of Legends. Ja wir sind in der neuen Season, Season 8. Ich habe ja lange lange nichts mehr von mir hören lassen, weder auf meinem Kanal noch auf, ja auf, ja bei League of Legends auf jeden Fall. Dazu sei erstmal gesagt, ich bin aktuell ein Stück weit auf Mitspielersuche, das bedeutet, ihr findet in der Beschreibung, findet ihr einen Discord-Link, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr da halt auf jeden Fall mal reinjoinen und da finden wir dann mit Sicherheit was. Ja ich habe euch, oh da ist Korki schon, ich habe euch auf jeden Fall hier rechts oben was eingeblendet, das ist momentan das aktuelle Stand meiner Wanks, bin momentan in den Blasement spielen von Season 8 und ihr seht auch ein neues Overlay, mal schauen wie lange ich das drin lasse und schauen wir mal. Quinn spiele ich immer noch sehr häufig und sehr gerne und vorzugsweise momentan in der Mitte und ja da schauen wir mal. jetzt wieder ok er muss auf jeden fall nochmal flashen ok jetzt beide flash sind raus wir haben jetzt auf jeden fall ein bisschen den vorteil dass wir gerade pushen sind ok geht allerdings hier auch schon weg schade den überraschenden nutzen an der stelle so er hat jetzt ja gut heal aber glaube ich auch schon raus hat er hat auf jeden fall keine sammeln lassen der freund der sonne lieber wenn das top seit lange setzen ja immer wichtig finde ich war ding ja jetzt push hat die lane also rein ja farming ist aber soweit auf jeden fall solide gut das glatt das lief doch jeden fall schon ganz erfolgreich müssen jetzt auch noch nicht back gehen finde ich und auf jeden fall noch mal die wave rein pushen ok so gut nun gehen wir back coole haben wir ja jetzt auf jeden fall genug liess sind auf bot lane hier ist schon tot schade das und das oh er hat ohoa lulu hat noch liessin erwischt gut ja ok lulu flammt ein bisschen naja was solls konzentrieren drehen wir uns erstmal mal weiter auf die mitleinen woher ich glaube im gang wäre jetzt nicht gut so bei corgi kann man sich scheinbar easy kills holen aber auch schlecht geteilt war auch schlecht gespielt warum rennt er dahin das war nicht so schön eigentlich so gut lass uns das rohmen mal beginnen bot lane sieht soweit gut aus was hm 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 okay ich glaube ich glaube er fiel jetzt intentional rein ja ich glaube er trollt das ist bitter ich habe gar nicht habe übrigens gar nicht gesagt am eingang was wir für eine elo sind weil ich weil die zeit auf jeden fall gefehlt hat das ist jetzt übrigens mit silber 2 elo so circa also zumindest wenn ich mir jetzt so anschaue wie die leute mit denen ich zusammen spiele und wie meine gegner halt im grün gebläst sind dann sind wir da momentan aktuell so auf silber 2 niveau vorletzte season war glaube ich bald 5 habe nicht viel gespielt muss ich dazu sagen da waren jetzt nicht so mega viele spiele mit dabei ich hatte jetzt nur ich glaube bis mitte der season habe ich glaube ich auf gold 5 gespielt in die richtung das war bis juni oder so und dann habe ich den account da halt auch dann auf jeden fall ein bisschen ruhen lassen weil ich wusste dass mir dann die zeit fehlen wird um auf die sinn der bot lane ich nehme mir noch den flash damit an der stelle ich werde dem ließen einfach mal hinterher machen das beste hoffen ok das ist so schnell schon wobei wir bleiben wir noch trotzdem fehlt mir noch ein bisschen money ja das sind natürlich ja wir leben hier natürlich auf der einen seite natürlich super flame ich liebe solche leute das ist echt bitter du nur ein hart flame meine meine fresse was denn die entriven oder useless? der riven kann ja gar nichts machen aber riven spielt eigentlich noch ganz gut gegen den jackson naja so Was soll man dazu sagen? Auf jeden Fall eine entspannende, chillige Runde. Mehr kann man dazu glaube ich nicht sagen. Wir müssen uns aber trotzdem immer noch weiter konzentrieren. Weil wie gesagt so Comeback Chance ist immer gegeben halt und deswegen Das will ja jetzt natürlich auch mir leiden für die anderen halt an der Stelle. Aber leider es ist wanked und deswegen das ist bitter. Aber lässt sich halt natürlich jetzt nicht ändern. Was soll man machen halt? Keine Ahnung. Wir probieren es nochmal gegen Riven. Die dürfte keine Ulti mehr haben. Okay dann werden wir jetzt nochmal da ankommen. Wir gehen mal defenden. Wir gehen mal auf Lane Wrave. So. Ich für meinen Teil habe mir jetzt angewöhnt Static zu kaufen. Weil ich habe nämlich das Problem meistens auf Quinn, dass ich dann die Lanes nicht vernünftig rausgepusht bekomme. Dadurch, dass ich sehr viel roame. Ja muss ich natürlich auch sehen, dass ich die Minions halt irgendwie relativ schnell weg bekomme. Das ist aber nicht gegeben, wenn ich... Das ist allerdings nicht gegeben, wenn ich... Ja wenn ich nicht ohne einen zeitigen Statics halt agiere. Ja ich bin jetzt... Also... Jetzt bin ich halt... Ich bin jetzt viel zu fett halt an der Stelle. D6-0. Bin Level 10. Nur Riven ist noch Level 10. Also das Ding ist halt auf jeden Fall gelaufen halt an der Stelle. Auch wenn ich vielleicht noch vor 5 Minuten gesagt habe, okay gut ähm... Wird nochmal knapp werden oder sowas in die Richtung. Ja ich bin jetzt viel zu fett. Scheiße. Komm ich nicht ran. Bokki kommt aber auch gar nicht mehr. Nö ich glaube der kommt gar nicht mehr. Nö Mensch Fertig. Ja Lee versucht hier nochmal... Notly. Zu reißen. Nee, hier kann ich nicht helfen. Da kann ich leider nichts machen. So, wir machen das jetzt am besten. Also 15 Minuten, also eigentlich könnten sie jetzt zu wendern an der Stelle. Da wird es vermutlich irgendeinen geben, der wahrscheinlich nicht so wendet. Weil bei 15 Minuten muss es ja auch einstimmig sein. Vielleicht hätte ich den Turret vielleicht noch retten können. Okay, den wollte ich unbedingt haben. Okay, ja. Und der erste Tod. Ja, das war klar halt. Also du machst halt natürlich ein gutes Damage. Dazu kommt halt der Stun. Wenn du den jetzt machen kannst. Du den Dash. Ich gehe mit dem Bosse. Allerdings an der Stelle für... Für die Riven keine Chance. Links. Ich gehe auch nochmal rein. Boah. Da gehe ich nochmal rein? Ja, ich muss nochmal reingehen. Schauen. Ja. Den je schnapp ich mir. Nimm den Tod. Schon. Okay. Gut. So. Ja. Auf jeden Fall. Mal ein bisschen was für die KDA tun. An der Stelle. Ja. Das Spiel ist halt leider gelaufen. Nix spannendes. Nix großes. Auf jeden Fall Korki. Wie gesagt. Getildet. Nach einem 0-2. Direkt nach einem. Nach dem 1-0. Der war. Direkt von Anfang an. War eigentlich. In der Lane. Schon nicht unterlegen gewesen. Wäre. Wäre noch machbar gewesen. Ne. Ich meine. So schlecht spielen sie jetzt natürlich nicht. Aber gut. Konzentration ist jetzt natürlich nicht mehr. So 100% da. Das heißt. Man macht auch gerne mal. Lieber mal noch den ein oder anderen Fehler. An der Stelle. Wenn die den nicht töten. Dann töte ich ihn. Ja. Es kann nicht even chillen. Es wird auch gekillt. Was soll man denn machen. Da halt ganz einfach. Ich meine. Da rennt einer. So. Das ist ein. Das ist ein. Enemy. Ganz einfach. Kann man machen. Was man will. Ne. Und letzten Ende. Es gibt ja ja. Da gibt uns halt eh kein Gold mehr. Ne. Der trollt da halt eh nur rum. Die ist da halt. So oder so gelaufen. Auch wenn man den nicht killt halt. Am Ende ist es dann noch der. In League of Legends ist es ja so aufgebaut. Die. Man kennt ja die Leute gar nicht. Man hat ja auch dann. Nach dem Wank. Ja. Nicht mehr mit den Leuten zu tun. Und. Weiß ich nicht. Wenn die. Die Leute irgendwie. Ein bisschen ins Spiel kommen lässt. Nur von der Theorie her. Ne. Ähm. Dann lachen die dich am Ende aus. Ha ha ha. You lose. Against the fucking troll. So nach dem Motto. Also. Deswegen. Ja. Oh. Ja. Yeah. Ja. aza istä kwaku. Ach 284. Und auf. Ach 284. 5 기억. Außerdem. trolls게요. Oh ok es hat gereicht. Scheiße ey. Der Stun hat halt wirklich echt gereicht. Okay, was kaufen wir uns als nächstes? Dann kaufen wir uns als nächstes das hier. Oh Corgi ist hier. Mal ranpingen auf jeden Fall. Aber man sieht halt. Ich muss vom Ding her 27,15. Das sind fast die Hälfte der Kills. Also wir haben halt fast doppelt so viele Kills als sie Kills haben. Und wir sind jetzt momentan am pushen. Wir haben noch dazu den Lee Sin, der auf Dauer gesehen auch noch abfällt. Kommt auch noch mit dazu. Let's do something on the map. Also ich muss nicht unbedingt irgendwas auf der Karte tun. Also ich hab grad meinen Spaß muss ich sagen. Über noch mal. Hmm. If. So. Okay. Ich werddTV. So, aber wir beenden das halt auf jeden Fall auch gleich. Dann würde noch mein Ziel für dieses Spiel sind eigentlich. Nur 20 Kills, das ist noch mein Ziel eigentlich. Oh, ich kleck halt 4 Schaden rein, nicht so witzig. Der Einkill habe ich noch bekommen. Na gut, dann machen wir erstmal nochmal einen Turn zurück. So, dadurch habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr... Den Riven kann ich ja nicht hier kämpfen. Aber der nimmt mich glaube ich noch. So, gehen wir auf jeden Fall nochmal back, holen wir uns auf jeden Fall nochmal den Blutdurster. Und dann... Ja, werden wir das Spiel wahrscheinlich gleich beenden. Ich bin fast Full Build, 19-2. Hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Okay, Kofi tot. Kommt Riven. Oh, oh, scheiße, Alter. Uh, das war ne gute Aktion, ne gute MF-Ult. Und ich habe schlecht gespielt. Ich glaube sie hätten so gute Chancen gehabt, ne. So wie wir jetzt 2 hatten. Ja, also Lulu hat mich auch schon die ganze Zeit genervt, muss ich sagen. Oh, fuck, jetzt sind 4 Leute da. Naja, kann ich nichts machen, wegen 4 Leute. Gut. Den wollte ich mir auf jeden Fall ganz gerne nochmal holen. Das ist okay. Das ist ja auch immer noch nicht so verändern, ne. Bin auch crazy. Aber Riven, Riven kann auf jeden Fall hier nochmal Team Carrying. Aber wir sollten das jetzt, wir sollten das jetzt wirklich beenden. Ist hier wirklich nur noch jemand. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich hätte ihn hier mit Hunden im Bild wieder aufgebaut. Ja, ja, also wir müssen jetzt hier wirklich erstmal sehen, dass sich das Spiel wirklich noch in eine andere Bahn bewegt. Das muss jetzt auch nicht sein. Das kann ich mich ganz schnell übertunnen. Das kann ich mich ganz schnell übertunnen. Fuck. Ich sage ja, die Feits sind meistens nicht ganz so gut. Gerade wenn ich gestunt bin und dann voll in der MF-Ult stehe, das ist natürlich dann richtig scheiße. Gut. Jetzt haben wir zwei In-Hips. Oben Top-Lane kommt, da wird er Pusht auch noch. Also gut. Ich denke jetzt mit Barron ist es dann hinüber. Aber wie gesagt, Riven hat auf jeden Fall sie noch gut im Spiel gehalten. 15,7. Muss man, muss man auch mal erkennen. Und sagen, dass das so eine wirklich großartige Leistung da gewesen ist. Oh, MF stirbt an Minions. Okay. Okay. Der Riven hat auch noch GL gekauft. Wir sind gerade recht alleine. wirklich gut. Okay. Gut. Wir sind beide. Wir sind beide. Wir sind die Hölle. Also we even die Hölle. Die Hölle sind die Hölle. Okay, gut, am Ende noch ein paar Assists geholt Also das Spiel, ja, wie soll man sagen War auf jeden Fall schon relativ zeitig klar gewesen Dass das Spiel, ja, auf jeden Fall zu unseren Gunsten dahingehend ausgeht Und, ja, wie schon gesagt Ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen Vielen Dank Und, ja, wie gesagt, schaut auch nochmal bei Discord vorbei Bis zum nächsten Mal Ciao